Werner Kloß, 26. Juni 1990 in Bremen, war ein deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Autor. Leben Nach dem Besuch des Gymnasiums in Darmstadt studierte Kloß Kunstgeschichte, Archäologie und mittelalterliche Geschichte in Frankfurt, Freiburg, Wien und München. Er wurde über ein Thema zur mittelalterlichen Kunst promoviert und volontierte dann zunächst am Landesmuseum in Darmstadt. Anschließend war er Assistent und Kustos und seit 1941 Leiter der Hamburger Kunsthalle. Zwischenzeitlich wurde er zum Wehrdienst herangezogen und geriet in Kriegsgefangenschaft. Seit 1948 arbeitete Kloß als freischaffender Autor, bevor er 1953 an das Focke Museum in Bremen berufen wurde. Dort förderte er dessen Ausbau. Ein neues Gebäude konnte 1964 eingeweiht werden. Er war zugleich auch von 1952 bis 1972 Landesdenkmalpfleger in Bremen. Kloß verfasste mehrere Arbeiten zur Bremer Kulturgeschichte und auch ein Bremer Lexikon, das seit 1977 in drei Auflagen erschien. 1974 trat er in den Ruhestand. Werke Die Bremerin Ein Eimer nach von Werner Kloß Porträts und Illustrationen aus den Sammlungen des Focke Museums. Schöne Mann, Bremen Aufel 1965 Aufel 1980 Heinz Lilienthal Werdegang und Werk Gestaltung in Glas, Stein und Metall Schöne Mann, Bremen 1985 ISBN 3-7961-1764-3 Mit Hans Scheidolin und Jürgen Wittstock Alte Kirchen im und um Bremen Kunstschätze im Weserraum Schöne Mann, Bremen 1989 ISBN 3-7961-1804-6 Schönes altes Bremen In Stichen und Lydographien Schöne Mann, Bremen 1992 ISBN 3-7961-18151 Bremer Lexikon Ein Schlüssel zu Bremen Haustschild Bremen 1977-3 Überarbeitete Auflage von Reinhold Thiel Bremer Lexikon Ein Schlüssel zu Bremen Haustschild Bremen 1997 ISBN 3-931-785-475